Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der Eroberung von Manbij durch kurdisch-arabische Milizen sind tausende Menschen in die syrische Stadt zurückgekehrt. Mit Autos kamen sie aus dem Umland, wo sie sich vor den monatelangen Kämpfen mit der Terrororganisation IS in Sicherheit gebracht hatten. Diese war am Freitag aus Manbij vertrieben worden. In Deutschland versuchen radikale Islamisten offenbar immer wieder, Flüchtlinge als Mitstreiter anzuwerben. Der Verfassungsschutz hat nach Angaben seines Präsidenten Maaßen bislang mehr als 340 solcher Fälle gezählt. Es bereite seiner Behörde Sorge, wenn Salafisten und andere Islamisten Werbung in den Asylunterkünften machten, sagte er der deutschen Presseagentur. Der Verfassungsschutz habe Betreiber von Flüchtlingsheimen bereits für das Problem sensibilisiert. In Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin ist es nach einer Schießerei in der Nacht zu Ausschreitungen gekommen. Zuvor war ein 23-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen worden. Nach Angaben der Beamten soll der Mann bewaffnet gewesen sein. Unklar blieb bislang, ob es sich bei dem Toten um einen Schwarzen handelt. Bei den Protesten wurde ein Polizist verletzt. Mehrere Geschäfte brannten aus. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute in der Nordhälfte wechselhaft mit örtlichen Schauern, sonst mehr Sonne als Wolken. Später im Süden vereinzelt Gewitter, Höchstwerte 18 bis 30 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.